Wir schaffen das! Ich bin nicht gegen die Syrien, aber ich bin gegen den deutschen Systemen, die Leute hier sind. Heute, mit einem Freund, wir sind in den Busch, die Blancen sind direkt zurückgezogen. Wenn wir Neuner sind, sie kommen direkt aus dem Haschisch, der Drogue ist. Das bedeutet, dass die Systeme die Sprüche haben. Die Neuner sind die Kriminelle und die Drogue. Ich habe versucht, die Zip-Drogue zu integrieren. Das ist nicht die Hilfe des Etats. Jetzt sind wir für die Integration. Und die Integration dauert. Wir brauchen, wenn wir ein Verhältnis für die Arbeit haben. Wir sind nicht die Hilfe. Ich habe ein Appel an Angela Hamaker. Die Neuner sind hier in Allemagne. Wir sind wie alle Neuner. Und ich möchte, dass Sie nicht die Unterschiede zwischen uns und uns. Und du bist für die Auf board gemacht. Und du bist irgendwie nicht die discriminbreite. Was wünschen nicht aufbewusst. Sie beschreiben welche Leute selbst reagieren.